Ja, während der Fahrt ist uns die Kamera abgerutscht. Ja, den Punny Rider habe ich jetzt die X2 umgeschnallt. Der hat irgendwas vor, aber der weiß was. Vielleicht will er nur wieder Kasper spielen. Bleib so. Ja, weil er nicht schockt. Ja, während der Fahrt ist uns die Kamera abgerutscht. Und jetzt haben wir es hier mit so einem Gummiband fixiert. Zum Glück hast du lange Haare. Dann fahren wir weiter. Am Nachmittag entfernt den Reinhardstocking. Das war's für heute. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich habe mich jetzt wieder auf den Weg gemacht, weiter zu den Krimlau Wasserfällen. Ich habe mir gedacht, ich fahre etwas zeitiger los, weil ich möchte schon bei den Krimlau Wasserfällen gerne auch stehen bleiben, ein bisschen die Aussicht genießen. Ich habe keine Ahnung, wie das dort genau ausschauen wird, aber ich hoffe aufs Beste. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt durch die Windgeräusche noch hören. Ich rede jetzt etwas lauter, aber ich glaube, auf dem Video wird das sehr laut rüberkommen. Aber ich versuche es gemütlich einzustellen, damit es nicht so laut wird. Und ja, mittlerweile haben wir schon 951 Kilometer gemacht. Und ich habe es mir mal grob ausgerechnet. Ich vermute mal, dass ich zwischen 2.7 und 2.9, sag mal 3.000 Kilometer am Ende in Wien ankommen werde. Und ja, also mit den zusätzlichen Ausfahrten meine ich halt. Und was wollte ich noch sagen? Ja, mit dem lieben Panikrider war es echt lustig. Danke für deine Gastfreundschaft. Der wird dir das Video ganz sicher auch anschauen. Danke für deine Gastfreundschaft.